Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shantae and the Pirate's Curse. Ich muss gerade überlegen, wo waren wir denn gerade? Nein. Ernst? Oh Gott, gut, dass wir hier gerade die Tür aufgemacht hatten. Gut, da kommen wir nicht ran. Ähm, hat ich diese Tür hier aufgemacht? Oh, was ist denn das? Ähm, ist sie jetzt auch zu einer Prinzessin geworden, was? Was? Machen die jetzt einfach hier alle zu Prinzessinnen oder wie? Oh Mann. Ach, unseren Hut haben wir auch nicht. Hier kommen wir nicht durch. Gut. What the fuck? Wo müssen wir jetzt hin? Von hier sind wir, glaube ich, hergekommen. Das ist das totale Labyrinth. Wofür wäre es denn da, das Hochvettern? Hm. Da geht's nicht lang. Nein. Wir vermöbeln die Wachen einfach. Fertig ist. Meine Güte. Die sehen irgendwie immer so aus wie Business-Menschen eigentlich, diese normalen Leute da. So, hier waren wir jetzt, glaube ich, gerade drin. Jetzt gucke ich doch nochmal, ob ich hier oben irgendwie rein kann. Uah. Scheint aber nicht so. Und... So, jetzt aber. Ich verstehe nicht ganz, wofür dann diese Kette da ist. Mal schauen, ob wir hier oben noch was dran haben. Hier ist wieder ein Speicherpunkt. Davon haben sie ja echt ordentlich welche. Wir bräuchten mal unser normales Outfit wieder. Oh. Okay. Das ist echt ein ganz schön großes Gebiet, muss ich mal sagen. Ist da Schlüssel drin? Yes. Oh mein Gott, ich verlaufe mich hier total, glaube ich. Na toll. Oh. Sehr gut. Wow. Nein. Hier in dem Palast müssen die Prinzessinnen auch selber die Ratten verlichten. Huh. Ähm. Sie ist anscheinend auch eine Prinzessin geworden. So. Die nächste. Oh man. Na toll. Gut. Jetzt ist die Frage, müssen wir ernsthaft schon wieder da hoch und einfach nur mal den an die andere Seite laufen dann? Nein. Da geht's nicht lang. Geh weg. Nein. Was haben wir denn jetzt hier? Nein. Was haben wir denn jetzt hier? Nein. Aber hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ähm. Was ist denn das da? Ja. 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 Wow. Das ist aber auch ein ganz schönes Labyrinth hier, dieser Palast. Ich muss hier mal weg explodieren. So, jetzt heißt es nur noch die letzte... Die letzte finden. Einfach umdrehen. Ich hoffe, dass es hier irgendwie war. Nee. Das ist auf keinen Fall. Also ich glaube, wenn wir hier nochmal durchgehen. Ich glaube, da war noch eine Stelle, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ach Gott, warum bin ich denn so früh hochgehüpft? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gut, aber jetzt befreien wir erst nochmal... Oh, oh, oh. Nein, nein. Da sollen wir nicht lang. Da ist die Tür offen, offen, offen. Hier. So. Ich will sie alle so ausschauen. Oh, Mann. Haben wir jetzt eigentlich alle? Ich hoffe. War hier unten der Ausgang? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah. Oh, Mann. Wie sind sie sich jetzt die ganze Zeit an... an Monsen? Und? Yaaay. Oh, Mann. Oh. Was ist denn das für einer? Ah, ja. Das sieht sehr genau aus wie wir. Ähm, ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Ähm. Es war über 30 Minuten. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Warum haben sie so viele Outfits? Oh, Gott. Oh, mein Gott. Yay. Ähm, ich glaube. Aber was können wir damit machen? Können wir da nochmal reingehen? Ha. Jetzt können wir nämlich vielleicht... ...damit... ...erst mal hier... ...unser Herzen wieder etwas aufstochen. ...hä... ...hä... ...ha. Hoffe ich doch mal, dass ich hier... ...das hier rausholen kann. Ha. Damit haben wir das nämlich schon mal. So, dann jetzt einmal speichern. Und dann würde ich sagen, mache ich für hier eine Pause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann. Ciao, ciao. ...hä... 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 ...hä...